hier macht ihr das mal vorne klar ich brauche keine tore ich halte die tore auf hier ich schieße auf den ball und die anderen beiden trackt die ist das ein deal ja ich kann es probieren dann versuche ich mich jetzt nicht genau vor dem ball zu bringen wollen dass die auch nicht drauf schießt das kann ich auch mal ich kann mich dazwischen stellen dass mich darauf schießen können ich überlege schon was aber versucht bitte mal die anderen beiden zu ich hab mir erstmal ausgeschossen dass du die dass du die ganze zeit irgendwie tracks als torwart ich kann ja nichts machen was sind so den ersten habe ich getrackt ich habe mir gerade vor der schnauze da schießt der und gibt dem ball in andere richtung macht dieser panzer der lässt fahren die sohn was weiß ich der ist krass wendig aber dann überlegt das eigentlich 10 gibt es wendigere nicht wahrlassen nicht wahrlassen auf keinen fall joker 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 ihr habt geschossen ja ich kann nur darauf schießen oder versuchen den weg zu fahren aber wenn der hoch hüpft was willst du da machen stimmt eigentlich chili chip wenn ich in einem jetzt richtig lesen können dass die schrift ist ein bisschen fertig Scheiße, sorry. Er hat gerade gesagt, den Drehzahlbegrenzer benutzen ist eine gute Idee. Das stimmt doch eigentlich. Tor? War sogar meins, ich hab nur abgestaubt. War eine gute Vorlage, wer auch immer den gerade geschossen hat. Also wir fahren jetzt nicht nur Fußball, wie gesagt, letzte Runde erstmal. Außer wir verlieren jetzt irgendwie mit 4 zu 0 dann. Das geht ja schon nicht mehr, 4 zu 0 verlieren, du Blase. 4 zu 1, äh, ja, 4 zu 1 0. So, der ist getrackt. Oh, du Sau, du trackst meinen Teamkollegen? Alter, ich trete dir jetzt in die Knochen, ey. Boah, Alter. Was war das denn für ein Crash? Nein, warum hast du denn abgeschossen? Ich hatte einen freien Schuss. Tut mir leid, Rahm. Ich wollte immer nur wegkriegen. Warte. Ich track einen von denen, ich track einen von denen. Da steht. Einer, einer war getrackt, aber der ist wieder repariert. Der vor dir ist getrackt, Ram. Ich bin aber auch dauer getrackt, leider. Warte, jetzt. Es ist frei, es ist frei. Ich habe ihn getroffen. So wenig, so wenig Impact hat es gegeben, scheiße. Ich fahr, ich fahr Deffen. Boah, das war knapp, Ram. Nein, doch, doch, da geht's. Nein! Nein! Ich habe ihn angestellt, das war mein Fehler. Mach da mal rein! Nein! Komm, Tordinge-Technik. Oh Gott, ey. Die Runde gehen nur bis ein Team, drei Tore hat, okay. Wusste ich nicht. Nein! Ich hab dich getrackt, fuck. Dann fährt er davor und protectet sein Teammitglied, ey. Ich bin ja zum ersten Mal das ganze Zeug hier. Wir dürfen scheiße sein. Flach ins Eck. Hilfe, ey. Stimmt, drei Tore ist echt vorbei. Ja komm, das kann ich jetzt nicht einmal sitzen lassen, ne? Das tut mir leid, aber das sehe ich nicht ein. Ah, in der Wunder kann alles passieren. Ne, tut mir leid, da muss ich noch eine Runde fahren. Das kann ich nicht mehr sitzen lassen. Das. Das kann ich nicht mehr sitzen lassen. Das kann ich nicht mehr sitzen lassen. Stimmt, das sind immer 500 XP. Ach so, stimmt eigentlich. Oh, das sind immer 500 XP. Äh. Ich hätte gerne Maus als Torwart. Ich füll dann das Tor aus. Baut mal den Drehzahlbegrenzer ein, ohne den zu benutzen. Dann habt ihr ein bisschen mehr Motorleistung. Echt? Ja. Also müsst ihr natürlich nicht, wenn ihr die 3.000 nicht investieren wollt, ne? Aber wie gesagt, nicht benutzen, sonst macht ihr euren Motor kaputt. Und dann haben wir verkackt. Wie, Drehzahl? Drehzahlbegrenzer. Könnte man das nicht irgendwie... Also entfernen des Drehzahlbegrenzers. Ja, ja. Also man soll es einfach benutzen. Ne, man muss es ja benutzen, damit es überhaupt wirkt. Nein, nein. Nein, nein. Ich muss... Reiz nicht, wenn du einfach die 3.000 hast. Musst du schon benutzen. Ach so, den kann man da eh nicht kaputt gehen, ist das schon okay. Ach so, stimmt. Den kann man immer benutzen, ohne dass du... Ah, stimmt. Okay, jetzt hab ich das verstanden. Ja. So, jetzt wird gedopt hier, ja? Drehzahlbegrenzer. Danke nochmal an ChillichLP. ChillichLP. So wie es. Besseres Benzin und Exploration. Ne, Exploration, die werde ich mir ganz sicher nicht kaufen und... Ne. Will ja hier nicht die Champions League gewinnen. Also erstmal haben wir den Drehzahlbegrenzer entfernen. Geht eigentlich das ganze Match? Hoffentlich. Wir testen es mal aus. Ja, jetzt hab ich es auch verstanden. Ihr könnt ja auch die Repair... Also, ihr habt ja da noch ein Ding, ihr könnt ja die Repair Crew reinmachen. Geht ihr uns? Ja, stimmt. Ja, aber der Repair ist bei drei Sekunden hier. Wenn du da drei Prozent rausholst, hilft dir das auch nicht viel. Das können wichtig sein. Ja. Ja, hast du 2,58... Äh, 2... Ne, Gott. 2 Millisekunden. Ja, können wichtig sein. Könnte. Ja. Ja. 26k, 45k, 34k. What. The. Fuck. Alter. Ja. So, herzlich willkommen im Himmelsdorfer Eintracht Stadion. Ich habe in der letzten Runde aufgenommen und die Runde nämlich auch gerade auf. Nur so als für die Nachwelt. So, dreht aber ganz da raushauen gleich mal. So, ich schieße hier direkt auf dem gegnerischen Panzer. Hier wird mir um... Loder soll ja auch einen Ball schießen. Auch auf den Ball schießen. Ne, lass mich mal auf den Ball schießen, weil der da hinten schießt hat immer die bessere Schussbarkektion. Ach, das ist ein hier Dings, ne. Red ist doch hier die, die, die Russen Dings da hier. Kann sein. Das ist ne, äh... Habe ihn getroffen. Habe ihn getroffen. Habe ihn getroffen. Habe ihn getroffen... Habe ihn getroffen. Habe ihn getroffen. Der Opa guckt mir zu schlitzig. Habe ihn getroffen. Alter, die Impacts sind so krass hier. Habe ihn getroffen. 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 Dann treffe ich seinen scheiß Turm. Da ist deiner Jocker Wie kann der drüber gehen? Was sollte denn das? Er hat den in der Luft angeschossen Haben mich drückt den über dich... oh fuck Schön, schön, schön Weg damit! So, den hab ich geklärt Okay, also wenn du zwei Kugeln direkt drauf schießt, ist das Ding schneller Der klassischer Ausputzer, ein Hans-Peter Briegel, zack Weg damit! Hat der nen Torwart getrackt Der Ball ist in der Ecke Ich hab grad Deathwing gekettet, Mist! Nee, hörst du nicht Dann war das Ramm Nee, dann hab ich dich getroffen Das ist egal Wenn man nämlich triffst, ist egal Huh! Okay, da geht jetzt aber ganz weg in das ganze Match Ist der gerade abgeprallt von dem Ball? Ist der Schuss gerade abgeprallt von dem Ball? Das hab ich doch gesehen Ich geh mal ins Tor, dürft ihr den mal Ich geh mal ins Tor, dürft ihr den mal Ich geh mal ins Tor, dürft ihr die Leute, wir haben was Ho-ho-ho Ich lebe ich meine Weg damit weg damit irgendwie Nicht zurückfahren nicht zurückfahren nicht zurückfahren Ey der ist drin Mann Scheiße Ja der ist vorhin genau vor seinen Armen Was ist das denn alter Wo ist der Ball wo ist der Ball Wo ist der Ball Achtung Joker Ja da kannst du nichts machen Wo ist der erstmal Kanone hoch Kanone runter Ja also bitte Mann Mann logan 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 Ja ich ripps von mir so komisch verpixelt Ja gegen die zu verlieren ist nicht schlimm Da hat noch einer von denen geklärt Warte 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 Leute wer hat gar nicht Wer hat gar darauf geschossen man Ich hab jetzt erst gerade geschossen Ich bin getrackt Scheiße Also wenn alle die jetzt neu zurückkommen sind Wir fahren nicht nur das hier Wir sind jetzt gerade nur dabei Zwischendurch mal ein bisschen zu zocken Nein es wird mich rüber geflogen Komm Mit beiden Fingern vorfällig Durch die Mütze Macht ungeheuren Spaß So Torwart Torwart Ist einer Boah der hat mich getrackt der Sack Ich geh in den Kasten Ich stehe am langfassen Alles gut Leute fuck alter Das kann nicht wahr sein Hey wird der richtig voll hier Schade Schade Ich kann nicht aufhören Ich will mit 3 neu verlieren Tut mir leid Das wird nix Ja klein Moment Ich komm sofort wieder Das ist der Dönestes kann ich mir Jetzt mach ich mir einfach keinen Kopf Da drum wie lang die scheiß Let's Play Folge ist Was ich so gerade aufnehme Für die Nachwelt Weil ich einfach 50k Viel besser als 2k Also Vorher einen halben Mbit upload Jetzt 5 10 10 meine ich nicht 5 Läuft doch Bram Könntest du nochmal einen Zwischenteck machen Reinstream technisch Weil irgendwie will man mir das wieder nicht laden Aber nur von mir nicht Das ist voll komisch So wieder da Jetzt erstmal zwischendurch was anderes Solange wir 3-0 verlieren Kann ich nicht aufhören Tut mir leid Oh Gott Der ist da Das geht nicht Ja Kedian Kurz was in eigener Sache Falls die Abonnenten von dir zugucken Die auch vorher was gemalt haben Bekommen wollten Oder sonst was Hatten wir ja schon drüber gesprochen Ich weiß nicht ob du es schon angesagt hast In einem Let's Play Ne noch nicht Gut ja Ich werde das einstellen Das malen für World of Tanks Weil ich mich halt auf das andere Spiel konzentriere Und es da auch viel mehr Spaß macht Wie lange das Team noch geht Weiß ich nicht Bis ich keinen Bock mehr hab Also ich werde zwischendurch mal kurz das Essen So eine halbe Stunde oder so Oder 20 Minuten So keine Ahnung Um halb 6 6 irgendwie Und danach mal gucken Ich kann mir das in den Abend streamen So lange wie ich mag Auf die OT Oder Ich kann auch Das streamen Ist eigentlich auch kein Ding Mal gucken Oder Daisy Ich denke Daisy könnte ich auch streamen Ja dann wäre ich leider raus Bei World of Thunder Ist der RAM leider raus Oder hast du es gepatcht? Ich muss dann Später gehe ich schon Sowieso noch mal kurz weg Wir können dann halt Ja wohl Keine Ahnung Ob Dings oder Amt da ist Bienen und so War Thunder wäre auch eine feine Sache RAM, dann könnte man dir mal helfen Deine Zweier hochzufahren Na klar Volle Kanne Wieder wie gerade eben Ihr beide kann man euch Um die beiden Ich komme mich um den Ball Also weil immer der da hinten steht Kommt am besten an den Ball Ja ja ich probiere das mal aus Ich habe schon wieder so Und dass hier kein Schalke-Wappen drauf ist Denkt an den D2 Beganze Watzenklinik Na richtig hauen wir mit dem Stil Hauze Na geht nicht rein Ja aber erstmal weg mit der Pille irgendwie Hast das ja wenn die immer in die Ecken gehen Das ist irgendwie Hab ihn getrackt Ja hab ich getrackt Hab ich wieder getrackt Hab ich wieder getrackt Ich stehe am Fosten Ich stehe den Ball nicht Na Ihr weg wenigstens Nein du willst da nicht Nein der schießt Alles gut alles gut Ich hab den nicht getroffen What the fuck Der eine ist getrackt Der eine ist getrackt Von Minecraft Ich habe ihn nochmal getroffen Der geht ein bisschen höher Ich stehe wieder am Fosten Aber ich kann das nicht mehr machen Der Torwart von denen kommt raus Der Torwart von denen kommt raus Hat mich getrackt Warte der geht da nicht raus man Was ist das? Ich mach dann den Platz Das ist mir egal ob es nur Lüge ausgeht Ja natürlich Ich mach dann auch den Platz So ich stehe jetzt hier Und er ist Schluss Was ich check jetzt mal Der Jungs da ein bisschen rum Ich check mal den der gerade Gas gibt Mach ich doch die ganze Zeit schon Nein ich check mal den Stell dich mal bitte hier hinter mich Noch wenn der Ball hat Nimm ich drüber Dann ist es scheiße Ich stehe mich wieder an den Fosten Ist doch besser Wie kann ich dich denn die ganze Zeit treffen Joker Bin ich da überhaupt auf den Ball schießt Ich verstehe das nicht Ja weiß ich auch nicht Ja aber wir machen das gut Ram Also eingestellt habe ich glaube ich 30 Sekunden Delay Aber der geht wegen dem Twitch ein bisschen hoch Äh Ja Chat hat auf jeden Fall Delay Also 25 Sekunden mindestens Also ich habe 25 Sekunden eingestellt Aber da ist dein Ernst Dass du mir auf den Sack gehst Junge Jetzt beschön Minecraft zu New York City Ich fahr hier nicht weg Das sag ich dir Alter mich behaken da zwei Leute Nur so nebenbei Ja Die kriegen den Ball hier hinten Nimm er raus Kann damit leben mit nem 0-0 Ach Alter gehen wir doch hier auf den Sack Jetzt kann den rauskriegen Hahahaha Gruppen kuscheln Hab ich denn gerade unter dich gedrückt Alter das ist ja voll die langweilige Runde Junge Ja was du willst zu machen Ich geb da nicht nach Ist mir egal Warte mal Ram Ich müsste irgendwie versuchen den unten zu treffen Den Ball Ja damit der hoch fliegt Aber kommst du dann dran Dann ohne geht nicht so weit unter Achso der versucht den Joker Drück mal von der anderen Seite entgegen Dann drück die da den Joker weg Ich hab ihn getrackt Alles gut Der Ball ist gleich wieder frei Ja Mach mal dein Rohr Da war kurz weg Joker Ja passt Alles frei Ja ich bin getrackt Ich kann mich bewegen Oh mein Gott Ich geh vor den Kasten Ah nein ich bin getrackt Scheiße Ich fahr schon Ich bin vorwärts zum Tor Nein Nein Ist alles gut Ist alles gut Nein Nicht gut Ah fahr Fahr Mann Ich hab den nicht getroffen Das ist so witzlos Alter Das ist so witzlos Der ist war in der Luft Ich hab ihn eigentlich getroffen Und er hat damit nicht gehittet Irgendwie Weiß ich nicht Das ist ganz komisch Wir haben noch 1 Minute 30 Alles gut Lass mich nicht blocken können Nein 1 Minute 30 Wenn wir eh nichts mehr machen können Ganz einfach nur dicht Ich werde die ganze Zeit geblockt Von diesem Bastard Oh ja Das ist ein ganz geiler Skiller Lol Lol Alter Ja hab ihn natürlich nicht getrackt Nein Aber das war ein Fehler Das war ein Fehler Ja das ist 30 Sekunden noch Aber jetzt haben wir wenigstens nicht 3-0 verloren Dann ist alles in Ordnung Ja noch eine Runde Noch eine Runde Sagst du Ach das ist der Evo WTF Alter du bist gar gestorben Ram Good game haben sie gerade geschrieben Was ist Achso ich dachte ich gerade Warum ist der explodiert Ja dieses rumgelacken Mit diesem Ball da am Ende Das hat mich jetzt Ich würde mich aufregen Ohne Spaß Ja gut Ich werde mal die Let's Play Folge Bis zum nächsten Mal Tschau Tschau